Hallo, wir würden jetzt gerne langsam beginnen. Unsere Referentin ist schon da. Herzlich willkommen hier zum Vortrag zum Thema Diversity. Nun, was bringt uns dieses Denken? Christine Linderts wird uns erzählen, was es bringt. Ich möchte sie kurz vorstellen. Christine ist in Deutsch, also ist mit der deutschen und französischen Kultur aufgewachsen, hat beide Sprachen gelernt, auch beide Kulturen in sich und kann ganz viel erzählen zu Andersartigkeiten der Kulturen, zur Vielfalt der Kulturen. Genauso ist es ja bei uns Gehörlosen. Es sind ja nicht Gehörlose alle gleich. Wir haben Gehörlose, Schwerhörige, CI-Träger. Also wir haben eine große Vielfalt einfach in unserer Kultur. Christine ist Diplom-Sozialarbeiterin. Genauso wie du, richtig. Ja, genau. Ich habe mich auch noch nicht vorgestellt. Ich bin Katja Fischer. Wir haben den gleichen Beruf, Christine. Ich kann das nur versuchen. Ob ich das wirklich schaffen werde, werden wir sehen. Vielen Dank, Katja. Vielen Dank. Viel Erfolg. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich muss Katja ein bisschen berichtigen. Es geht nicht um die deutsch- und französische Sprache, sondern es geht um die Kulturen. Es gibt ja die Grenze Deutschland-Luxemburg zu Frankreich. Und dort bin ich aufgewachsen und meine Eltern haben auch Französisch gesprochen. Und ich möchte kurz erklären, warum ich gerade zum Thema Diversity meinen Vortrag halten möchte. Denn ich bin bilingual in Sprachen aufgewachsen und auch bilingual in Kulturen. Denn ich kann in der Hörenden und in der Gehörlosen Welt, finde ich mich zu Recht, und habe sehr viele Erfahrungen dort gemacht. Und möchte genau deswegen auch zum Thema Diversity meinen Vortrag halten. Jetzt bitte die nächste Seite. Die nächste Seite bitte. Seht ihr die Banane? Was hat das jetzt mit Diversity zu tun? Wir wissen ja immer, dass die Banane krumm ist. Das ist für uns normal, eine krumme Banane. Ist das denn jetzt auch eine Banane? Und was ist denn überhaupt eine normale Banane? Ist das normal? Ist diese Banane jetzt für mich normal, die so gerade gewachsen ist? Ich mag eigentlich wirklich so diese krumme Form, weil das bin ich so gewohnt. Ich bin so aufgewachsen, von klein auf. Und es gibt ja auch diese typische Kinderfrage, warum ist eine Banane krumm? Aber jetzt sehen wir hier diese geraden Bananen. Das ist schon so ein bisschen komisch. Da geht schon bei einem was im Kopf vor. Das ist so ein bisschen komisch. Da müsste ich das ja auch anders gebärden. Also nicht mehr krumm, sondern gerade. Das sind wir einfach nicht gewohnt. Wir sehen eine Banane. So kommt es auch, dass Hörende zum Beispiel Taubsturm benutzen, dieses Wort. Also dann schreien Gehörlose wieder auf und sagen, oh, der hat Taubsturm gesagt und diskriminiert mich damit. Aber warum ist diese Gebärde für Frau nicht auch diskriminierend? Also man fokussiert so das Negative. Jetzt haben wir das Thema Inklusion und ich finde, Diversity ist ein wichtiges Thema im Schritt zur Inklusion. Man sollte nicht mehr gucken, welche Kommunikation, wo Kommunikation nicht. Es bringt uns in der persönlichen Entwicklung nicht weiter. Wir müssen einfach die Leute darauf aufmerksam machen. Ich sage, ich mag die Gebärde für Frauen nicht. Also ich zum Beispiel mag sie nicht und mache jemanden darauf aufmerksam. Aber zum Beispiel benutzt er weiterhin bei anderen, also der andere Gesprächspanne im Gespräch mit anderen Gehörlosen weiterhin diese Gebärde. Also man kann sich ja anpassen. Jemand kann sich an mich anpassen und ich kann mich auch anpassen. Wir schauen immer nach den Bedürfnissen eines jeden Einzelnen. Kommen wir zur nächsten Folie. Dann sagt man, die Schulen müssen sich ändern, alles muss sich ändern und sich an mich anpassen. Aber das hat damit nichts zu tun. Diversity hat mit mir zu tun und fängt bei mir an. Nicht bei anderen Menschen, sondern bei jedem Einzelnen. Und jeder Einzelne muss seine eigene Haltung überprüfen, muss seine Einstellung überprüfen. Warum rege ich mich zum Beispiel über diese Gebärde für Frau auf? Warum jemand, der eine Namensgebärde hat, die eine dicke Figur anzeigt? Jeder muss bei sich selber anfangen. Sollte nicht auf die anderen zeigen, sondern seine eigene Haltung kontrollieren. Man muss gucken, warum stört mich das? Auch wenn man sich fragt, der Gehörlose kann gut sprechen, ist der denn wirklich gehörlos oder so? Das ist eine Frage, die sich mir nicht stellen sollte. Ich muss mich fragen, warum stört es mich, wenn andere sagen, ich kann nicht so gut sprechen? Also das ist ja gerade eine aktuelle Diskussion. Es ist eine harte Diskussion und auch ein sehr sensibles Thema. Diversity sieht man einmal in nicht zu beobachtenden Unterschieden und einmal bei kaum wahrnehmbaren Unterschieden. Also zum Beispiel mein Geschlecht, das kann man von außen erkennen. Woher ich komme, sieht man auch. Komme ich aus Europa, vielleicht aus Südeuropa? Man kann es häufig einschätzen. Auch mein Alter kann man abschätzen von außen. Also bin ich 70 oder bin ich 40? Das sind Dinge, die man von außen wahrnehmen kann, die man beobachten kann. Die Dinge, die man nicht beobachten kann, das ist zum Beispiel die Einstellung oder die Werte, aber auch die Meinung von euch. Jeder hat eine eigene Meinung und die Meinungen unterscheiden sich. Das ist auch bei Hörlosen so, aber bei Gehörlosen wird dann häufig gesagt, du hast eine andere Meinung, aber deine Meinung ist falsch. Warum ist die denn falsch? Ich denke einfach so. Mir muss keiner vorwerfen, dass meine Meinung falsch ist. Man kann nicht sagen, die Meinung ist richtig und die Meinung ist falsch. Es gibt meine Meinung, also ist es meine Meinung. Wenn ich sage, 2 plus 2 ist 5, dann kann man sagen, das ist falsch. Aber ich möchte dafür Argumente haben. Man kann vielleicht Striche aufzeichnen, man kann es diskutieren und dadurch kann ich meine Meinung ändern. Wenn ich ohne Erklärung gesagt bekomme, deine Meinung ist falsch, dann kann ich meine Meinung nicht verändern. Dann bleibe ich bei der Meinung, 2 plus 2 ist 5. Dann werde ich auch beim nächsten Mal sagen, 2 plus 2 ist 5. Und dieses Falsch bringt mich nicht weiter. Also meine Haltung, meine Wahrnehmung, das ist ja, das ist durch die Erziehung in mir drin, das ist durch meine Sozialisation, durch den Kontakt mit Freunden, mit Familienmitgliedern entstanden einfach. Und ich habe meine Meinung, die kann erstmal nicht falsch sein. Und wenn jemand anderer Meinung ist, dann muss man darüber sprechen, aber andere Meinungen muss man erstmal annehmen. Religion ist auch so ein Thema. Zum Beispiel in Köln gab es ja jetzt die Diskussion zum Beschneidungsverbot, gerade unter den Menschen mit jüdischem Glauben und auch mit türkischem Glauben. Wir haben Religionsfreiheit, aber gleichzeitig haben wir auch noch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Also man darf jemanden nicht anfassen, nicht verletzen und so. Das ist ein Recht. Und diese Rechte stehen nebeneinander und sind gleichwertig. Wir haben da, ich respektiere die Religion eines anderen. Ich weiß, dass Religion jemandem viel bedeuten kann. Aber ich finde auch, das Recht auf körperliche Unverletztheit ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin kein Experte jetzt in dieser Diskussion und kann mich da auch nicht wirklich einmischen. Das müssen vielleicht, das müssen die Experten entscheiden, aber ich kann meine Meinung dazu äußern. So. Und ich bin in diesem Punkt auch nicht selber davon betroffen. Bildung ist auch so ein Punkt. Es gibt Leute, die möchten kein Abitur machen, die möchten nicht studieren und dann andere, die möchten das. Andere leben, um zu überleben, möchten keinen richtigen Beruf ergreifen. Ja, das sind alles Unterschiede. Andere möchten gerne Lautsprache nutzen. Es gibt Hörende, die gerne sprechen. Es gibt andere, die gerne in LBG-Gebärden oder in Gebärdensprache und alles ist okay. So, nächste Folie bitte. Danke. Bei der Diversity gibt es vier Ebenen und ein Gehörloser. Ich muss dann nochmal auch wieder überlegen, warum hat er mich das jetzt gefragt? Warum wundert er sich jetzt? Warum darf ein Gehörloser für ihn nicht sagen, Musik finde ich super? Ja, vielleicht passt es in seine Vorstellung nicht, dass Gehörlose Musik gerne mögen. Also, das sind so kleine Beispiele. In der Diversity gibt es vier Bereiche. Es gibt einmal den Bereich, der persönliche Bereich, dann Diversity in der Organisation, also Diversity Management. Da möchte ich nicht so stark jetzt darauf eingehen, da geht es mehr um Teamarbeit und in Firmen-Diversity, sondern ich möchte mehr darauf eingehen, auf die Haltung, auf die Offenheit. Es ist ganz wichtig, dass man am Anfang zeigt, ich bin offen, denn dann können die Menschen um mich herum das auch annehmen und auch übernehmen. Ich kann nicht bei den anderen anfangen, sondern muss bei mir anfangen. Also, wenn ich die Politiker beschimpfe und sage, ich brauche das als Behinderte und ich brauche das und das, dann funktioniert das nicht. Das bringt einen nicht weiter, denn ich kann nicht die anderen Menschen ändern, sondern ich kann nur mich ändern. Und das ist der erste Schritt, der erste Schritt, dass andere nicht mich kopieren, sondern dass sie das sehen können, dass sie das von mir absehen können und durch Gespräche und andere Einflüsse können auch andere Menschen dann ihre Meinung ändern. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, sondern das wird erstmal nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber auch dieser Tropfen, wenn der stetig fließt und der Tropfen, der sagt alle ihr, dann können wir was bewegen und das schaffen wir durch Diversity. Und dann ist Inklusion möglich. Weiter bitte. Was bedeutet das eigentlich? Meine Meinung. Es geht darum, wie ich mit den Menschen umgehe, welche Beziehungen ich aufbaue, welche Meinung habe ich zu meiner Umwelt, zu der Welt. Was bin ich eigentlich? Ich sage immer wieder, dass es wichtig ist, dass man sich selber hinterfragt, dass man nicht einfach nur sagt, ja, das ist einfach so, sondern dass man sich viele Dinge auch einfach bewusst macht. Wenn wir ein Thema diskutieren und besprechen, dass wir uns das bewusst machen, dass es jetzt dieses Thema und nicht, dass ich sage, ja, ich bin jetzt diese Frau und jetzt will ich das so, sondern wir müssen uns einfach überlegen, kann sich dieses Thema auch für mich verändern vielleicht auch in Zukunft? Zum Beispiel auch, wenn man über das Thema Mode spricht, muss ich überlegen, ist das eigentlich für mich wichtig, für mich als Persönlichkeit oder dann lebt man Diversity. Man muss das aber nicht nur einfach sagen, sondern man muss das auch zeigen. Man muss sich auch einfühlen können. Empathie ist ganz wichtig. Zeigen, dass man sich auch mal der Sprache des anderen anpasst. Wenn jemand sehr, sehr schnell gebärdet oder sehr, sehr langsam gebärdet oder das auch nur so versteht, dann muss ich mich jemandem anpassen. Ich muss wirklich auch versuchen, aktiv jemandem zuzuhören, ihm auch Interesse zeigen an seinen Geschichten. Die nächste Folie bitte. Ja. Und vielleicht überlegt ihr mal, wer seid ihr denn eigentlich? Welche? Und wenn ihr Barrieren habt, wenn Barrieren aufgetreten sind, wo lagen die denn? Zum Beispiel Kommunikative. Also, ich sage immer, ein bisschen verstehen gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Also, dass man sagt, was hat ihr denn jetzt gerade eben gesagt? Habe ich das jetzt verstanden? Das gibt es nicht. Man kann ja auch nicht ein bisschen schwanger sein. Kennt jemand von euch jemanden, der schon mal ein bisschen schwanger war? Entweder bin ich schwanger oder ich bin nicht schwanger. Entweder habe ich etwas verstanden oder ich habe etwas nicht verstanden. Es gibt nur das eine oder das andere. Ich habe es ein bisschen verstanden. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn wir dann in Diskussionen gehen, dann kommen schon mal manchmal dann die Antworten. Bei der Türkisparade wurde ja die Farbe Türkis gewählt. In Australien war es so, dass man da auf die Idee gekommen ist, das war eine Schleife, oder? Die AIDS-Schleife damals. Das kennt ihr alle. Die AIDS-Schleife als Symbol für die Anerkennung der AIDS-Erkrankten. Und dann, du musst mir helfen, Katja. Dann gab es doch auch noch das Band. Das war doch rosa, glaube ich, bei Brustkrebs. Und dann kamen wir zum Thema Türkisparade und haben uns überlegt, was können wir symbolisch zur Wertschätzung und zum Respekt, zur Anerkennung der Gebärdensprache uns überlegen. Welche Farbe passt dazu? Dann kam in die Diskussion Blau. Da waren erstmal alle begeistert. Dann kam aber nichts. Der österreichische Gebärlosenbund, bei dem ich damals auch Mitglied war und auch gearbeitet habe, die gebärden das auch so. Türkis, die haben das damals so gebärdet, Türkis, die kamen auf die Idee, weil Blau damals so von der Wirkung nicht so angenommen wurde. Und dann haben alle daran gearbeitet, dass Türkis so die Farbe wird, dass Türkis für Gebärdensprachnutzer ist, aber nicht nur für Gehörlose oder nur für die oder die Gemeinschaft, sondern für Gebärdensprachnutzer und so auch für Hörende, Schwerhörige, Kodas, alle, die interessiert sind an der Gebärdensprache. So hat das angefangen mit der Farbe Türkis. Erst in Österreich hat sich das entwickelt und ist dann hier rüber geschwappt. Und bei der Türkisparade gab es dann eben genau diese Armbänder. Da gab es schon welche auch von Österreich. Wir hatten die dann auch bei der Türkisparade. Und wenn wir alle ausgrenzen, die nicht so sind wie wir und die nicht absolut gleich sind, dann werden wir eine ganz kleine Gruppe nur noch sein. Wir wollen keinen ausgrenzen. Wir wollen eine große Gruppe sein, die Lobbyarbeit betreiben kann, um auch politisch was zu bewirken, um Änderungen herbeizuführen. Wir haben schon lange das Diskriminierungsverbot und überall, Diversity ist überall in aller Munde und durch das Antidiskriminierungsgesetz ist eine Riesenbewegung entstanden in anderen Bereichen, habe aber das Gefühl, dass es hier sehr langsam vorangeht. Ich glaube, das hat einfach auch mit... Also, vor deinem Vortrag, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich keine Vorstellung davon, was Diversity-Denken eigentlich bedeutet. Ich habe mir deinen Vortrag jetzt angeschaut und ich habe vieles davon auch mitnehmen können. Wenn ich, für mich ist halt ein ganz wichtiger Begriff bei Diversity, bei dem Diversity-Denken die Toleranz. Also ist es so, dass man die Begriffe miteinander... Das ist leider nicht. Oh, da muss ich mal drüber nachdenken. Also Diversity hat ja auch einen Ursprung. Der Ursprung liegt in den Staaten und Diversity hat auch einen politischen Hintergrund. Es gibt das Diversity-Management. Wir wissen ja, in Amerika war ja um lange Zeit das Thema zwischen Weißen und Schwarzen, auch zwischen Frauen und Männern. Und damals hat schon John F. Kennedy darüber nachgedacht, wie kriegen wir Gleichberechtigung am Arbeitsplatz hin. Also da hat das auf jeden Fall einen Ursprung. Ich brauche nicht die ganze Geschichte zu erzählen. Also wie schaffen wir eine Gleichberechtigung? Und dann gibt es dort bestimmte Strategien und ein Teil der Strategie oder ein...